Der nächste Künstler, der auftritt, Herr Josef Mehringer, wird uns, es hat einmal geregnet, spielen. Und nachdem hier unter uns eine junge Dame ist, die heute ihren 82. Geburtstag hat, werden wir ihr zu Ehren ein Lied spielen, eines ihrer Lieblingslieder. Aber auch damit einen unserer verstorbenen großen Harmonika-Künstler, Herrn Rüttlinger und Martin, gedenken. Weil dieses Lied, diese Melodie, die wir heute hören, hat den Weg über die Grenzen unseres Landes, über die Grenzen Europas bis Kanada gemacht. Und dort wird dieses Lied im Rahmen der deutschen Gesellschaft fleißig gespielt. Dürfen wir dir, liebe Risi, zu deinem... Nette, Nette, stell mal auf. Stell mal auf. Applaus Können wir dir dieses Lied? Ja, moit. Jetzt spüren wir. Ja, moit. Also, es ist sehr gut. Musik Applaus Musik Musik Applaus